Das wurde es jetzt so oft gefallen. Was ist denn Erleuchtung? Jetzt kannst du das mit der Weine und den Schafen nochmal erzählen. Also ich würde sagen, Erleuchtung ist Quatsch. Erleuchtung, ne? Du bist jetzt auch schon eine ganze Weile da. Du müsstest auch eine Antwort sagen. Also der Dirk und ich, wir haben ja auch schon auf Suden drüber gesprochen. Manche sagen Erleuchtung, manche sagen Erwachen. Und Dirk sagt, wie wäre es mit Befreiung? Da fällt was ab. Oder er sagte bei unserem ersten Sechchen zusammen vor zwei Jahren, da sein Vortrag, er sträubt sich ja dann immer so ein bisschen und braucht ein paar Schnaps, bevor es ins Reden kommt. Aber dann richtig. Vor zwei Jahren, der, 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 sein Vortrag begann mit den Worten, mein ganzes Leben war eine einzige Enttäuschung. Und das ist eben auch, glaube ich, sein Ausdruck von Erleuchtung. Enttäuschung. Was, das war alles? Aber gleichzeitig auch positiv. Das war alles. Das wird zum Ausrufezeichen. Das soll alles gewesen sein? Fragezeichen wird zum. Das ist es. Das war's. Das war alles. Aber auch Erleuchtung. Also am Anfang ist es die Moorübe, von der Andrea sprach. Da muss doch noch was kommen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und das wird zu der Gewissheit, nein, das war alles und das war gut so. Braucht gar nicht mehr als das. Die Befreiung von dem Gedanken. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Doch, doch. Und das ist schön. Aber was ist alles so? Was ist alles? Was ist um uns rum? Also bei einem Vortrag von so einem koreanischen Zen-Meister, der hat da so eine Apfelsine hochgehoben und hat gesagt, was ist das? Das ist ein Korn. Und die tibetischen Mönche, die auch bei diesem Prozium dabei waren, die haben gesagt, man kennt die in Korea, keine Apfelsine. Also ich glaube, Erleuchtung, das Wort ist ja so ein bisschen christlich eingefärbt. Das Erste, was einem so einfällt als westlich geprägter, abendländischer Mensch, ist so Jesus, Heilige, die in der Kirche irgendwie im Dom dargestellt werden. Also was ganz Überweltliches. Das ist eine Zen, sagst du halt, ja Erleuchtung ist, hier Meister Wolkentor sagt, Erleuchtung ist scheiß im Klo. Kanji Ketsu ist ein Krohan. Der Scheißstock, mit dem die Mönche sich oder früher im Mittelalter sich die Leute den Hintern abgeputzt haben. Also Befreiung ist was, wo was abfällt, wo man, auch wie du vorhin meintest, das ist alles. Der Boden ist der Boden und die Welt ist die Welt. Zum Anfang sagt man so, ein Baum ist ein Baum, das wäre so das alltägliche Bewusstsein. Das meine ich ohne einspitzige Suche, ohne die Dinge auf dem Punkt in der Tiefe für sich klären zu wollen. Ist alles so, wie es ist. Dann könnte man sagen, dann brauchen wir wirklich gar nichts machen. Dann gibt es keinen Buddha-Weg, es gibt keinen Zen-Weg. Dann brauchen wir diese ganzen Hinweise nicht. Die Hinweise an sich sind nicht sinnentleert. Die Worte sind für uns als Menschen wichtig, um einfach eine Sehnsucht, eine Ahnung zu haben, dass das Erleben nicht nur platt ist. Es ist so, wie es ist. Wenn jemand dich fragt, warum du beim Session warst, ich habe ein paar Kumpels, die verstehen das überhaupt nicht, denken, es geht um Entspannung und so. Man hat da so ein Bild davon. Das ist so, wie es ist. Oft viel zu anstrengend. Wenn ich dann sage, da gibt es überhaupt nichts, aber die Leute arbeiten noch bei dir beim Session, das ist ja ganz schön clever. Das musst du mir mal erklären, wie du das machst. Und die bezahlen auch noch dafür. Also völlig so, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und Befreiung ist dann aber weiter zu fragen, ich zweifle an dieser herkömmlichen Sichtweise, dass alles so, wie es ist. Und im Zen sagt man dann, oder es wird gesagt, dann ist plötzlich ein Baum nicht mehr ein Baum. Und der Fächer ist kein Fächer mehr und das Glas ist kein Glas mehr. Dann lässt man sich darauf ein, die Wirklichkeit, die man sonst für Kristallin gehalten hat, infrage zu stellen. Es ergibt sehr ein diffuses Konglomerat. Und das kann auch übers Ziel hinausschießen, dass man abhebt und dann irgendwie zu so einem esoterischen Menschen wird, der dann, ja, dann würde man, wie gesagt, sagen, man stinkt nach Erleuchtung oder man ist plötzlich spirituell. Kennt ihr vielleicht auch jemanden, der dann Steine befragt und Antworten erhofft oder so, keine Ahnung. Gibt es alles Mögliche so. Aber man stellt alles in Frage. Alles letztendlich. Aber um befreit zu werden, dass alles so ist, wie es ist. Und dann sagt man, ein Baum ist wieder ein Baum und ein Berg ist ein Berg und ein Fluss ist ein Fluss. Aber das ist, ja, und bildlich gesprochen, ein Prozess. Und zwar könnte man sagen, vielleicht, ich nenne es mal, es ist ein katharsischer Prozess, wo man sich selber mit reinnimmt, nicht die Dinge von außen betrachtet, sondern sich vollkommen erschüttern lässt. Und dieser Fudum-Jode, der vorne steht in der Sendung, der heißt ja der Unerschütterliche, der mit dem Schwärz sitzt, diese schwarze Figur, wenn ihr reingeht. Und der ist so, wie Mu auch sagt, der ist in der Suche angekommen. Das heißt, der ist in dem Erschüttern angekommen. Das heißt, da ist nichts mehr zu erschüttern. Da ist nur noch reine Erschütterung. Und trotzdem heißt er in Japan, Fudum-Jode, der Unbewegliche. Also wir sind in der Offenheit, in diesem Diffusen völlig still. Und zwar die Stille ist mitten in diesem Kein-Halt-Haben. Und die Paradoxie besteht darin, wieder vollkommen im Alltag anzukommen. Vollkommen, ganz einfach zu werden. Und trotzdem, um die Dinge zu wissen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, aber in einer ganz anderen Tiefe als vorher, in einer ganz anderen Tiefe. Das fiel mir jetzt zur Erleuchtung vielleicht ein. Also Erleuchtung, zu sagen Erleuchtung ist Quatsch, von vornherein wäre jetzt vielleicht, wäre eine Einladung zu sagen, es bringt alles nichts. Also begib dich auch mit deiner Frage in die Tiefe, wo du alles in Frage stellst, warum du hier bist, und zwar richtig. Das sage ich dir jetzt als Schüler. Das würde ich jetzt niemand anders aufdoktrinieren. Dir schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.